Morgen habe ich das letzte Mal Physiotherapie und ich hatte meiner Meinung nach die besten Physiotherapeuten der ganzen Welt. Und als Dankeschön drehe ich dieses kleine Video von dem Dankeschön-Geschenk, was eigentlich das Hauptdankeschön ist. Versteht man das? Also meine Therapeuten bekommen morgen ein Geschenk und zusätzlich drehe ich noch ein Video. So sieht die Vorbereitung bzw. der Einkauf aus. So sieht es bisher aus. Gucken wir mal. Bisschen muss ich noch. So und so sieht das fertige Present aus. Ich habe es natürlich eben oben vergessen nochmal zu filmen. Also ich habe ein Lebkuchenhäuschen und Tee und eine Hexe und Hänsel und Grete und Mandarinen, Kinderriegel, Physalis, Kaki, Frucht-Nuss-Mischung, Marzipan, Kartoffeln, Walnüsse, Kekschen. Ja, auf der anderen Seite vom Dach steht Danke. Ich hoffe, die freuen sich. Also mein Liebesmann und Aktivitäten sind nur für euch jetzt am besten 1000, 1000 Danke.